...100 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und sein hohes Alter hält ihn auch nicht vom Backen ab. Ganz im Gegenteil. In der 1 Welle Nordreporter Robert Tschuschke hat es festgestellt. Das sind wirklich die Krängel und das wird schädlich hart gemacht. Und hier ist NDR 2 am... Vorsicht bitte auf der A31 Emden, Richtung Leer, zwischen Riepe und Mermor. Da liegt ein Metallteil auf der... Lua. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017